Boom! Hedgehoots! All ins Knie! 240er! Da oben ist auch noch jemand. Ooooooh! Und das soll ungefähr so die Route von der Erdbeben-Geschichte sein. Als dann tatsächlich bei Tilted Towers ein bisschen vorbeige... Alright, 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 Leute, wir kommen zurück zu Fortnite! Schöne Grüße bei der Team Mittagsaktiv! Es ist wieder soweit! Es ist Zeit, Kniescheiben zu zerbersten, den Leuten in den Kopf zu schießen und dabei den linken Zeh zu zerstören. Bögen sind wieder am Start. Wir haben ein neues Content-Update und deswegen zeige ich euch, was ihr Vigo findet. Und es wird Zeit für 2 Subs! Dankeschön, Gamy, für die zwei verschenkte Subs. Jetzt brauchen wir nur noch Glück, wo die Bögen sind. Und mit etwas Glück geht auch das Erdbeben heuer weiter. Und das geht hier dann weiter voran. Erzähle ich euch natürlich alles Weitere zu. Mit an meiner Seite ist mein Schnabbeltier, Marina. Hallöchen! Ja. Die wird auch schnell einen Bogen finden, denke ich mal. Boah, ich hab so Bock auf den Schockwellenbogen, ne? Du glaubst gar nicht, wie ich das Ding vermisst habe. Ich will einfach nur einen Fall in irgendeine Richtung schießen. Ich will einfach irgendwo irgendwas rein drücken. Ja, Hauptsache das Ding geht ins Knie, ne? Ja, Hauptsache das Ding findet sein Ziel im Knie, so ins Auge oder so. Ja, ich hab die einfach abgespeichert. Abgehoben. Oh, ich hab ihn getötet! Oh Gott! Einfach gesnackt schon wieder. Ich hab ihn mit einem Baum aufgeschlagen und du? Ich glaub in der Runde gibt's noch keine. Du hast noch keine Pfeile als Munition gefunden. Das ist ein guter Indiz. Ja, stimmt. Muni-Kiste hat keine Pfeile gegeben, ne? Ja. Ja, komm, dann lass schnelles Gameplay beim Tresor machen. Fliegen übrigens zwei Karten rum, ne? Ich hab auch eine Karte. Komm! Double-Karten-Gameplay. Aus Arena noch gewohnt, dass man nur 10 Stück hat, ey. Ey, ich bin grad irgendwie gar nicht mehr mit dem Gedanken gewesen, hey, benutze Spider-Man oder so. Ah, meiner ist direkt da weiter oben. Warte, wo? Bei dir ist es hier unten? Hier bei dem großen Stein, ja. Ah, das ist ja mal interessant. Ui! 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 Und, was kommt raus? Double-Karten-Gameplay, Leute! Heilige Scheiße! Fick doch mal, familienfreundlich sein. Ach du! Hä, heilige Scheiße? Ach du! Fickaroni, du! Ja, ich hab auch noch eine Schatzkarte. Ich hab auch noch eine Schatzkarte. Komm! Alter, öffnen mir einfach zwei Schatzkarten direkt nebeneinander. Musst aber gleich die Softbacks wiederholen, ne? Hast du mir jetzt die Schatz... Die hat die mir auch einfach aufgemacht. Nochmal das Gleiche, ja. Ui! Wow, also das ist ja wirklich absolut OP, wenn du so ein Ding findest. Ja. Und dann noch zwei Stück. Wir sind einfach voll legendary. Lass mal drauflasern. Er ist weit. Boah, der hat übel gefressen. Können Sieu machen. Lass mal Sieu machen. Sieu, 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 Sieu! Weeeee! Der hielt sich halt gerade. Oh! 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 In der Luft zerschmettert den Dude! Oh, no! Hey, no joke, ich hab mal die Karte drei Stunden lang gesucht und nicht gefunden. Ich hab Pfeile hier! Yo! Nice! Pfeile sind da. Bogert! Oh! Und dann auch noch direkt der Schockwell! Oh, mein Lieblingsbogen! Wie geil! Und ich brauch jetzt noch Pfeile. Meine ist er überhaupt nicht tatsächlich. Schockwellen fand ich am schlechtesten. Weil das... Ich fand das so geil zu entkommen und so. Ja, aber das hat die Gegner immer in die Zone gedrückt, wenn man sie gehittet hat. Ach so. Ja, stimmt. Das ist ekelhaft auch, um Leute out zu playen und die raus zu hauen. Das ist echt eklig. Aber damit hab ich den ein oder anderen Kill gemacht. Okay. Und ich hab auch ne Schatzkarte. Aber ich will entweder Gasbogen oder Feuerbogen. Wenn du die findest, tausche mir. Aber ich hab jetzt grad nur einen Schuss, weil du die Pfeile hast. Aber ja, nicht schlimm. Oh mein Gott, erschreckt! Oh mein Gott, der Sound hat mich grad super erschrocken. Ich hab ihn schon so lange nicht mehr gemacht. Ah, Leute, fühlt sich an wie zu Hause. Fühlt sich an wie Heimat. Boah, stell dir mal vor, dann schafft der Sniper schön mit dem Bogen ins Gehirn rein, wenn er da so chillt, der Gegner. Boom! Headshot! Voll ins Gehirn! Noch ein Schockwell? Ne, ein Flammbogen. Noch ein Headshot ins Gehirn! Einen hab ich! Flammbogen, Mann! So! Flammbogen-Action! Der hieß einfach Elon Musk, ja. Der ist aber ganz schön tricky, der Boy. Boom! Headshot! Oha! Voll ins Gehirn! Oha, als ob du den grad so geholt hast! Ich war nie weg, Boys! Fuck! Immer noch Bogen in der Fingerspitze drinnen, Leute, ey. Der hat ne Karte! Ich hab auch eine! Oh! Den nehm ich! Ich hab schon zwei Bögen. Schockwelle, Feuer und jetzt nehm ich nur den Explosiv. Ich nehm den Boom und Schockwellen und die Karte. Ne, ne, ne. Gib mal fürs Video. Ich will den Quadro-Bogen haben. Kannst auch die legendäre EPS-NG haben. So, Fritza. Und jetzt auch noch den Boom-Bogen, Leute. Ich mach immer weiter Level-Up hier. Eigentlich total dummes Loadout, aber einfach jetzt vor Delulz nehmen wir mit nach Osten. Da ist ein Lama. Warte mal, wenn ich Schockwellen-Granaten auf Lama mache, fliegt das dann weg? Wahrscheinlich ja. Boah, 222. 222 Headshot-Schaden mit dem Bogen. Boah, holy shit. Das arme Lama. Oh mein Gott. Hast du ein paar Pfeile für mich vielleicht? Ne, leider nicht. Mach mal Only-Bogen-Challenge. Im Prinzip mach ich das ja jetzt gerade. Zumindest da ist er. Und dann gehen wir deine Schatzkarte aufmachen. Und wenn wir schon dabei sind, hier in der Gegend, können wir auch mal gleich mal den aktuellsten Stand der Erdbeben angucken. Ob es dort schöne Erdbeeren gibt. Oh, da kommt einer. Ja, da ist einer. Haha, du hast richtig packt. Ui! Ja, da können wir aber reingehen. Lass auf den Typen drauf. Ich geh rein. Ich hab auch Nahkampfzeug. Den du brauchen wir jetzt noch. Wo ist er? Das ist die Frage. Entschuldigung, rein. Ja, dann... Let's go. Lass uns Spider-Man holen. Ich will mal Spider-Man mit Schockwellenbogen. Aber ich will die Pfeile nicht so sehr wasten. 30 Schuss ist halt... Geht schnell weg. Geil. Ich find die auch geil. Ich find das Gameplay mit denen macht, ist einfach so satisfying. Irgendwie den Bogen anzuspannen. Dann im richtigen Moment loszulassen. Jemanden zu hitten. Ist einfach irgendwie satisfying als ein Sniper. Ich weiß nicht warum. Ja, find ich auch. Find ich viel, viel nicer. Hier liegt noch Spider-Man rum. Oh, nice. Ah. Ah. Aber ich glaub, sonst gibt's hier keinen mehr. Okay. Nur für den Test, Leute. Nur für den Test. Ich will aber eigentlich die Shotgun haben. Probieren wir mal. Schockwellenbogen plus Spider-Man. Wird nix krasses sein. Ja. Wir kriegen einfach dann einen Schockwelleneffekt. Und behalten den auch die ganze Zeit halt. Wie auch eine Impulsnade tatsächlich. Ne. Aber ansonsten ändert sich da natürlich nicht so viel. Die Frage ist, willst du Spider-Man haben oder nicht? Was können wir noch ausprobieren mit dem Bögen? Chat. Twitch. Was können wir noch damit ausprobieren? Ob man Clombo weghieten kann? Das ist das erste Mal, dass wir Impulsgranaten haben in Chapter 3, oder? In dem Sinne. Haben sich grad mit Spider-Man... Was ist mit den verstärkten Wänden? Kann man die damit vielleicht probieren? Oh, ja. Hast du Stallwände? Nö, aber das war jetzt einfach nur so die Idee. Ja, ja. Mal gucken, ob man durch Stallwände mit der Impulsnade durchbrechen kann. Ja. Das können wir auch ausprobieren. Müsste eigentlich gehen und das wäre dann mega OP. Dann kann sich keiner mehr vor dir irgendwie verstecken. Wir brauchen jetzt nur Stallwände, ne? Jungen, wir haben so viel gelodet und keine einzige Stallwand gefunden. Okay. Mission Stallwand, Leute. Weil das ging ja damals auch mit einem Schockwellenlaunch. Da konntest du doch auch durch Stallwände brechen. Baut sich da oben das Hotel des Lebens. Was ist denn da los? Wo ist er denn? Baut ihn mal ab. Baut ihn mal ab. Baut ihn mal ab. Da! Stallwände! Stallwände! Warte! Ui! Geht! Es geht! Der heilt die ganze Zeit drauf, ne? Ja. Ich muss mich heilen. Werde von allen Seiten beschossen. Werde von woanders angeschossen. Werde von allen Seiten beschossen. Hast du was zum Healen? Da kommt noch mehr! Boom! Hedgehote! Voll ins Knie! 240er! Oh mein Gott! Was? Hast du wirklich gemacht? Ja, habe ich gerade gemacht. So wird's gemacht! Ich sag's dir, ich war nie weg, ey! Holy Shit! Oh, oh! Ich werd gestinkert! Ich werd gestinkert! Oh nein! Den Stinkerbogen ist der einzige, den ich noch nicht habe! Warte! Dann hab ich meine Kollektion voll, Leute! Aber zusätzlich zu den Bögen gibt es auch noch eine wunderschöne Bogenaufgabe. Die Bogenballerei ist die Primal Week. Läuft bis zum 1. März und dann sind aber auch tatsächlich die Bögen weg. Also merken, genau sieben Tage. Habt ihr Zeit, das sind sozusagen wieder diese Bonuswochen oder wilde Wochen, Wild Week, wie die das nennen. Na, aber da habt ihr Aufgaben wie IO-Personal mit dem Flammbogen zu treffen. Die findet ihr einfach überall. Ihr seht's ja gerade, die Bogen sind übelst häufig verteilt worden. Fühlt sich mega nice an. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es die aber nicht in Arena. Uncompetitive natürlich, ne? Hi! Joanie Meloni, dankeschön für den vierten Monat! Schockwellenbogen gegen Purzelbaum fallen hier dann um. Auch ne gute Idee! Ha! Autoboost! Was war das? So, jetzt müssen wir nur einen Purzelbaum finden, ne? Das ist ein Purzelbaum! Das testen wir mal! Und Klombo! Ne! Ne! Purzel gar nix! Purzel gar nix, Leute! Man muss das Ding ganz normal kaputt machen! Schubst den Baum leider nicht um! Aber man kann versuchen, ich kann mal versuchen! Selber durch den Baum! Ja! Wenn man sich selber gegen den Baum schubst und einen Impuls, dann bewegt sich das Ding auch! Und kippt um! Haben wir ausgecheckt! Da ist Klombo! Ja, ja! Ich komme ja schon zu Klombo! Klombo! Ich liebe ihn! Oh mein Gott! Ich liebe ihn! Da quieken die Frauen, Leute! Ich liebe ihn! Du musst einfach nur süß sein! Ich liebe ihn! Er ist so süß! Klombo! Flieg weg! Oder auch nicht! Ne! Ich kriege doch nur einen einzigen Damage! Ne! Lass du den nicht! Ne! Lass es! Lass es! Sonst wird er gleich Agro! Ich hab halt nur Bögen, ne, in meinem Loadout. Ich hab nichts anderes. Schön. Ich stinke. Ja, stinke mal. Da oben ist auch noch jemand. Oh, shit. Krieg ich dafür Abos und Likes? Junge, hab ich den aufs Lufth gelasert. Huja. Scheiße, Spider-Man, wir müssen Pulsbogen. Ja, der nicht so krass ist. Der wurde echt von dem Effekt reduziert, Leute, gefühlt. 20% weniger Impulse-Effekt als noch in Season 6-Zeiten. Sind die Spider-Man-Typen hinter uns oder? Ah, da oben. So, und schauen wir uns noch den aktuellsten Stand, was die Erdbeben angehen. Die gehen gerade so Tag für Tag für Tag ein bisschen weiter die Straße runter. Keine Ahnung, ob es hier irgendwie einen Jump geben wird oder ob das weiter so gehen wird. Das ist irgendwie immer wieder mal ein weiterer Effekt. was dazu kommt. Aber Stand aktuell müsste das Erdbeben tatsächlich hier vor der Brücke sein. Und wie immer, ich zeige euch auch gleich, wie das Erdbeben weiter verläuft. Weil einige denken ja, das geht irgendwie so quer durchtiltet und so weiter und dann reißt ja alles ein. Nutzen ja auch gerade viele als Video und so weiter. Ja, da beginnt es schon. Da rumpelt es. Aber es ist tatsächlich noch der alte Stand. Das ist nicht neu. Das ist schon vor zwei Tagen oder so der Stand gewesen. Das hört sich viel lauter an, ne? Ja, ja, das hört sich hier viel lauter an als auf der Straße. Ja, das ist doch mal, das rumpelt jetzt hier mal ordentlich, Leute. Also, Erdbeben schabonniert hier. Und das soll ungefähr so die Route von der Erdbeben-Geschichte sein. Also passt es hier oben links, seht ihr da? Wo ich gerade gesagt habe, das fühlt sich dort eigentlich stärker an. Fühlt sich eigentlich sogar richtig korrekt an, ne? Und dann müsste das hier so ein bisschen durch die Brücke schlängeln bis zu diesem Gebäude hier unten links. Bis dann tatsächlich bei Tilted Towers ein bisschen vorbeigehen bis zum rechten Gebäude. Das stürzt ja auch ein. Bis dann das Erdbeben quasi beim Kato-Schädel hier vorbeiläuft. Auf der rechten Seite. Seht ihr, ganz, ganz knapp an dem Schädel vorbei. Wird es nochmal ein bisschen hindurchbrechen bis zu dem Außenposten der Sieben. Der wird dann auch nochmal auseinanderbrechen von Koma. Der hat diesen Renner hier gemacht. Also ihr seht es, das Erdbeben wird nicht durch Tilted durchgehen. Da wird erstmal nichts zerstört, aber ganz schön rund um Tilted herum. Wie so ein Kasten, ne? Bricht da irgendwie ein Loch auseinander und das Ding plumpst irgendwie die Erde runter oder was auch immer. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Genauso spannend wie mit den Bögen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne Like-Button, Abo-Button, Glocke reinhauen. Wenn euch das Video ein bisschen geguckt habt, es würde mich mega freuen für nice Bögen, Leute. Bin mal gespannt. Vor allen Dingen das Mayhem startet ja auch noch das Turnier. Diese Woche und die Gratis-Items auf Twitch auch am Wochenende. Ab Donnerstag könnt ihr die bei mir auf twitch.tv slash sessten holen. Auf der rechten Seite findet ihr zwei Videos und die Böf losse. Fülle ab.